Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute mal ein neues Format bei uns, wir stellen euch heute unsere 5 liebsten Sorten von 187 vor. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst uns einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, heute unsere 5 liebsten Sorten von 187. Ich fange auch direkt an mit Platz 5. Das ist der Women2Go, ein Limette Mango Tabak, der mir verdammt gut gefällt bzw. uns beiden gut gefällt. Der ist bei uns beiden auf Platz 5. Ja, einfach eine sehr, sehr leckere Mango Note, abgerundet von einer frischen Limetten Note. Ich finde den ziemlich geil und deswegen unser Platz 5. Platz Nummer 4 ist einmal der Yakuza mit Yuzu, Holunda, Fisalis und Minze. Und einmal bei dir, der Mrs. Green mit Limette Minze. Für mich war, der Mrs. Green hatte eine komische Beinote, die ich mittlerweile nicht ganz so geil finde. Deshalb bei mir auf jeden Fall gar nicht in der Wertung. Bei dir ist er in der Wertung. Und da ergänzen wir uns mit dem Platz 4 einfach perfekt. Platz Nummer 3 bei uns beiden, der Purple Drink. Eine sehr ausgefallene Sorte von der 187 Straßenbande. Erstmal eine Blaubeere, aber mit Hustensaft dabei. Das Ganze noch in so einer limoartigen Form, also ein bisschen süßer. Ich finde, der schmeckt einfach sehr besonders. Hat so die Grundzüge von der Blaubeernote, aber dann eben schon relativ special noch. Wir haben den beide sehr, sehr gut geraucht, auch wenn wir es am Anfang nicht gedacht hätten bei so einem Lean Tabak. Aber doch einer unserer Favorites und deswegen Platz 3. Platz Nummer 2 ist bei uns der New Flash. Eine der neuesten Sorten von 187. Video darüber haben wir schon gedreht. Ist auch übrigens online. Was genau soll drin sein? Es soll Limette, Drachenfrucht und Cola sein. Sehr, sehr geile Cola Note. Erinnert mich so ein bisschen an die Cola Kracher. Nur in Sauer. Gefällt mir ziemlich gut. Gefällt uns beiden ziemlich gut. Und deshalb auf Platz Nummer 2. So, und unsere absolute Lieblingssorte von 187, der Green Grizzly. Ein Birne-Menthol-Tabak. Wir haben ihn kiloweise weggeraucht. Also ich glaube, ich hatte ihn mehr als ein Kilo. Du hattest locker auch noch mal mehr als ein Kilo. Viele von euch feiern den ja auch brutal. Ist einfach ein sehr, sehr leckerer Birnen-Tabak mit einer ordentlichen Menthol-Nurte am Start. Und gefällt uns einfach verdammt geil. Und deswegen unser Platz 1 von 187-Tobacco. So Leute, das waren unsere Top 5 187-Sorten. Wie immer, schreibt uns mal eure Meinung in die Kommentare. Haut mal eure Top 5 raus. Das sind auf jeden Fall die 5 Sorten von 187, die wir am meisten und am liebsten rauchen. Wir hoffen, dass euch das kleine neue Format gefällt. Wenn das so sein sollte, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Schickt das Video einmal an alle eure Shisha 187-Tobacco-Freunde raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG. Ciao. 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 Ciao.